Hallo, wie geht's? Danke gut. Ist hier mein Büro. Dort ist mein Computer. In dieser Tisch ist mein Computer und in dieser Wandschrank, in diesem Wandschrank sind in der Große, mir heißt, sind Wörterbuche des Social Lebens, in diesem Wandschrank. Und in diesem Schrank sind meine Wörterbuche. Beispiel, Englisch Wörterbuche, das größte Portugiesische Wörterbuche und das größte Französische Wörterbuche. Ich spreche fünf Idiomen. Mein Deutsch ist mein fünfter Idiom. Ist Basik. Und ich studiert für fünf Jahre Informatik und für fünf Jahre Social Leben. In der Große mein Reich sind Wörterbuche des Social Lebens. Und ich studiert Zweiberei. Danke gut.